Ich bin von den zwei jungen Männern zu ihnen nach Hause eingeladen worden, um mit ihnen über ihre Flucht zu sprechen. Ich bin schon sehr gespannt, was sie mir jetzt erzählen werden. Danke Kameran, danke Salomon, dass ihr euch Zeit nehmt und mit uns das Interview macht. Dann komme ich gleich zur ersten Frage. Was habt ihr gemacht, bevor ihr nach Österreich gekommen seid? Wir haben zusammen als Bauingenieur studiert und zusammen als Bauingenieur gearbeitet. Wir haben auch als Architektur und auch viele verschiedene Ausbildungen gemacht. Und was war der Grund, dass ihr Iran verlassen habt und nach Österreich gekommen seid? Das Problem war unser Glauben an Gott. Wir haben in Iran ein Problem mit meiner Mutterreligion und wir haben verstanden, dass man nicht im Islam oder in jüdischen und anderen Religionen mit dem Gott kommunikationen kann. Aber wir brauchen nicht im Gefängnis bleiben. Ich glaube, man muss denken, lesen und selber seinen Gott kennenlernen. Und wir haben schon das gemacht. Und dann bekommen wir Probleme mit meiner Heimat. Du kannst an alles gelaufen, aber ohne sprechen. Aber wir brauchen mit allen Leuten über den echten Gott sprechen. Und wir haben auch das gemacht. Und mit vielen Leuten haben wir gesprochen. Denn wir bekommen viele Verhobten und Polizei hat uns gesucht. Deswegen haben wir geflüchtet. Das ist ein Problem, dass ihr keine Muslime mehr seid, sondern dass ihr Christen seid. Da werdet ihr... Ja, im Iran hat keine Religionsfreiheit. Man muss nur den Islam beleidigen. Für Armenien ist kein Problem oder jüdisch. Weil ihre Mutterreligion ist jüdisch oder christian. Aber für Iran hat es ein Problem. Und wie ging es euch bei der Flucht? Weißt du, normalerweise musst du nach der Türkei fahren. Und in der Türkei musst du jemanden finden, der dir der Flucht helfen. Das kostet 1.000. Du musst bezahlen für jemanden, für jede Person. 1.000 bezahlen und dann mit dem Luftboot von Türkei nach Grünchenland fahren. Und das ist auch gefährlich. Das Wetter ist normalerweise schlecht. Und viele Leute in diesem Weg gestorben wurden. Und wir haben auch das geschaut. Und das ist eine Katastrophe. Und viele Leute konnten nicht nach Europa eingekommen. Aber Gott hat uns geholfen. Und wir haben das gemacht. Und jetzt seid ihr in Österreich, was sind eure Pläne jetzt für die Zukunft? Wollt ihr in Österreich bleiben? Ja, wir können weiter studieren. Und wir können als Master vielleicht in München oder als Bauingenieur studieren. Wir konnten nicht mehr nach unserer Heimat zurückkommen. Deswegen brauchen wir hier weiter studieren und arbeiten. Und zuerst wollen wir im Master Bauingenieur studieren und dann vielleicht arbeiten. Die Flucht der beiden begann in Teheran, im Irak. Ihre Route führte sie über die Türkei und Griechenland nach Mazedonien. Weiters durchquerten sie Serbien, Kroatien und Slowenien, bis sie schlussendlich in Österreich ankamen. Wie bereits der deutsche Schriftsteller Johann Gottfried Säume sagte, wo man Gefahr nicht besiegen kann, ist Flucht der Sieg. So ergäng es auch Kamran und Salomon. Für sie war es nicht einfach ihre Familie und ihre Heimat zu verlassen. Die Flucht nach Österreich war jedoch ihre einzige Möglichkeit, zuerst im Gefängnis und dann den sicheren Tod zu entkommen. Österreich wurde für sie zur neuen Heimat. Wir wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft.